Ich habe mich, warte mal, ich sehe keine Spielaufnahme, das ist nicht so gut. Ah, da ist sie. Bisschen spät ist sie angekommen. Fortfahren. Ich muss mal gerade... In-Game-Sound. So, wir sind auf Illum. Der gute Kerl hat gerade sein Lichtschwert kaputt gemacht. Und wir müssen uns einen neuen Kyber-Kristall besorgen. Oh, jetzt ist die Bitrate weiß. Ich kann noch nichts mit dem Controller machen. Was jetzt nicht so nice ist. Hallo? Hallo? Wie wäre es mal mit Fenster auswählen? Ja. So, ich bin schon in der Höhle, ne? Schau mal hier. Ich wollte gerade sagen, noch ist das Imperium nicht hier drin. Und zacken sucht, Druide. Drecksverein. Kein Lichtschwert, verdammt. Fühlt man sich als je die verdammten Nackig. Kann ich da direkt hoch schwingen? Schwing. 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 Ne, kann schon scheinbar nicht. Hoch da. Ja. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Äh. Vom Entwickler. Wo saßt du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich hab ihn gehört, aber nicht gefunden. Verschwundener Jüngling. Überreste eines Lagers. Ein Jedi-Meister war wegen eines in der Höhlen verschwundenen Jünglings besorgt. Ich glaube. Mal schwenken, nochmal gucken. Und zurückschwingen. Ich liebe den Doppelsprung. Oh. Wir haben ein Problem. In den Höhlen sind Suchdroiden. Die können uns doch keinen Tracker verpasst haben. Aber Thriller hat schließlich auch seinen Funk gehackt. Chris und ich durchsuchen die Menschen. Danke. Ich komme, sobald ich meinen Chris Pall hab. Du bist angreifbar da draußen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Doch. Tututututut. Hm. Wo lang? Das war nur eine Abkürzung, ne? Ja. Das war nur eine Abkürzung. Ach. Da fällt mir ein. Och nee. Hab ich das jetzt gar nicht übernommen? Oh, nein. Ne. 6.000 Kilo Bits. Kilo Bits. Sollte knackig scharf aussehen, das Stream. Äh. Hup. Ja, Kerl. Dehn dich noch ein bisschen. Ja. Ja. Ja, genau so. Ich sehe sein Licht. Er ruft mich. Er ruft mich. Er ruft mich zu sich. Ich muss da hin. Oh, nein. Nein, 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 nein. Was hast du denn deckt? Wo, wo, wo bist du? BD? BD. 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 Wo ist er? Wo war er? Von da kommen wir gleich wieder, ne? Mhm. Ich freu mich schon, wenn ich nächste Woche den neuen Teil anfange. Ich weiß, er ist schon über ein Jahr draußen. Ich hab mich bis heute nicht spoilern lassen. Naja, fast nicht. Ich hab schon so zwei Dinge erfahren. Oder ein, zwei Bilder auch gesehen. Die ich nicht unbedingt sehen wollte. Und ich hab auch eine Sache über Kerl erfahren. Oder ich weiß nicht so wirklich, ob die wahr ist. Ich spreche es auch nicht aus. Oh, wir sind schon da. BD, komm bloß nicht näher. BD! Ah! Muss doch kalt sein, da. Oh, okay. Gibt's jetzt Flashbacks? Gibt's jetzt Flashbacks? Gibt's jetzt Flashbacks? Kurz mal ein Schwierigkeitsgrad überprüfen. Hier die Meister. Jawohl. Da ist der Kristall. Ich steuere gar nicht selber. Komm, Kerl. Was hat dir dein Meister gesagt? Immer wieder aufstehen. Ich steuere gar nicht. Nein, 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 nein. Nein! Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Schöner Satz. Schöner Satz. Das ist gut. Das ist gut. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Das stimmt. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Boah. Oh, der Poncho. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl. Alter. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah, man. Oh, my God. Das macht Spaß. So, jetzt kommt direkt eine Gegnerwelle, ne? Bedenke, Padawan. Du wählst deinen Kristall nicht. Er wählt dich. Kristallfund. Ein von einem Jüngling entdeckte, aber seltenerweise zurückgelassener Kristall. Ach, der Lacken Kristall. Hm. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, da, da, da. Da, 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 da. auch sehr nützlich. Ein mächtiger Magnet ist auch sehr nützlich. Was machen wir denn jetzt? Den habe ich nie so oft verwendet damals. Mal gucken, ob sich das... Ich versuch's jetzt mal. Neunstens. Den habe ich nie... Jetzt legen wir los. Wir müssen nur eine Lücke finden. Alle verwundeten Einheiten am Boden. Ha 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 ha. Come on. Ja, okay. Mach ihn fertig. Ich bin auch alleine mit ihm fertig. Wir schaffen das. Er ist getroffen. Wir werden problemlos gewinnen. Hint euch das Ziel. Und du und ich abschaum. Ja. Ein bisschen Hilfe kommt. Dauert. Verstanden. Teuer jetzt. Wir sollten ihn verfolgen. Er weicht immer wieder aus. Geht, Kamerat am Boden. Du kannst uns nicht belegen. Ich wusste, dass es so enden würde. Ha ha ha, Junge. Mach ich alle fertig. Nicht mehr. Mehr. War's doch schon. Das war's schon. Verschlossene Tür? Das ist BD1. Danke. Huch. Wertlos. Unbedeutend. Hallo. Hallo. Ohohoho, dreht ihr euch schon mal um. ? ? ? Ja, die kämpft jetzt für mich. Was die mal machen. Welcher ist eigentlich auf meiner Seite? Oh. Oh. Macht Spaß. Da, 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 da. Oh, es gab aber viele Punkte, ne? Können wir eigentlich nochmal machen, die Runde. Hä? Wohin? BD? Ach, jetzt willst du scannen da. Ja. Ich hab Bock auf noch ne Runde. Ich geh meditieren und mach alle Gegner nochmal. Hahaha. Dann kann ich mir auch diesen Wechselangriff holen. Ich glaub zweimal muss ich bestimmt noch machen, oder? Vielleicht aber dreimal. Schauen wir mal. Da, 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 da. So. 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 So, so. ich habe einen kontakt unter uns er war geil alter haha easy going zu viert ja ha 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 Ah Aua Was steht er denn hier So rum Steht er einfach hier So wie viele Punkte haben wir Einmal noch Und dann haben wir zwei Fähigkeitspunkte Musst mal gerade was gucken Warte. Instabil. Durchschnittliche Stream-Bit-Rate zu hoch. Hm. Boah. Woran könnte das liegen? Woran könnte das liegen, dass ich null Zuschauer habe? Vielleicht, wenn man mich auch keine Sau kennt. Ich habe mich ausgeruht. Hallo? 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 So. Die Pause ist vorbei. Wir werden Problemlos gewinnen. Ich bin der Letzte? Da unten ist doch jemand. Du waltest wo die Stasse stehen. Ich brauche Verstärkung. Ich lasse nicht zu, dass du gewinnst, Quarrelter. Eine Schwere. Augen nach unten. Wir werden dich einlöschen. Wir werden dich vertreiben. Er ist zu schnell für mich. Er scheint uns an. Trifft ihn endlich. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin genauer Korf. Ich bin jetzt zu Kuchen. Ich bin ja Ник. Ich bin jetzt zu auf dem Kuchen. Aber ich bin ja, ich bin auf den Kuchen. Ich bin ja sehr gut. Ich bin ja nicht zugelegt. Ich bin ja sehr gut. Ich bin ja so gut. Schade. Macht das einen Spaß, um den Doppel nicht mehr drum zu wirbeln? Hier kannst du voll viele Fähigkeitspunkte farmen, ne? Können wir noch irgendwas machen, um diese Runden noch schneller zu machen? Erstmal ausruhen wieder. Fähigkeitsbaum. Gruppen verlangsamen. Oh, das wäre ja auch noch schick, ne? Halte er... Ja, komm. Ich werde hier erst noch ein bisschen farmen. Wo das eigentlich gar nicht nötig ist bei dem Spiel, ne? Habt ihr was gesehen? Da-da-da-da-dada-da... Da-da-da-da-da-da-da-da-da... Kein Problem. Na kommt. Los, Attacke! Stempf mit uns, Beine! Der Scheiß ist du oder ich, Jedi? Ich hab verweht? Ich kriege dich! Aua! 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 Oh oh! Stimmt, BD! 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 Aua! BD! 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 BD BD! 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 Schwertschalter, Macht und Kontrolle. Ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst. Aha. Aha. Schnaps dir, Kumpel. Duraplast. Ich werde deine Verteidigung bespressen. Weißt du schon wieder aus? Ja. Dieses Tempo. Äh. Oh, seine Beine. Upsi. Irgendwas findet man immer. Danke, BD. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Systeme teilen aus. Owl. Owl. Ha ha ha. Ha ha ha. Ja, 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 ja! Hä? Ah, herrlich, herrlich! Super Heldenlandung! Boah, jetzt habe ich absichtlich alles nicht so wirklich erkundet, ne? Jetzt weiß ich gar nicht wohin! Ein Geheimnis haben wir hier noch irgendwo versteckt. Oh, ne! Da hinten der Raketentrubler! Oha! Oho! Oha! Komm schon! Er erwischt mich immer wieder! Da! Komm Junge, ich krieg dich jetzt! Da! 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 Stell dich endlich dem Kappen! Versuche ich doch gerade! D ножices! Da! Dieser blöde Raketentrubler da oben! Jedes mal! Hahaha, da geht mir so auf den Nerv Ah, der lebt ja noch Uh Ah, keine Macht mehr Ah Der knockt mich jedes Mal aus Und ich schaff's nie, die Rakete Oh, Rakete direkt auf ihn zu lenken Ah, diese Musik Och nö Äh Aua Hau, auf die Glocke Ah, jetzt hab ich ihn Jetzt vorbei mit der heldenhaften Musik Ich komm aber jetzt nicht dahin, wo ich denke, wo ich hinkomme, oder? Wow Äh, ja doch Oder? Ne Guck mal, da unten ist das Geheimnis Superheldenlandung Upsi Ah, zu hoch gesprungen Wir können mal genug davon Ganze Tüte voll Hä? Boah, ich stelle mich an Wie, äh, wie der erste Mensch, äh Ich muss hier im letzten Moment ganz da unten Äh Und so Und so Oh, jetzt sind wir noch da Oh, das ist kein Geheimnis Das ist ein Echo Ja, Meister Aber Meister Aber Meister Jünglingstolz Diese Tasche gehörte einem Jedi-Meister Der versuchte, einen Jüngling Weisheiten zu lehren Na, 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 na Oh Hä? Hoch mit dir, Kerl Du Kerl Doch, wir haben alles, ne? Mehr gibt's nicht auf Illum So da, da gibt es noch oben das Geheimnis. Ach, wir müssen noch gegen die zwei LTS-T's kämpfen. Ich bin noch durch den Stein durchgefallen. Jetzt aber mal ehrlich. Jetzt hört es aber auf. Das war ich. Da, 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 da. Habt ihr das gehört? Da, da oben. Er hat einen von uns erledigt. Na, hier. Ich denke ja gar nicht dran. Ich wusste, dass es so hinsen würde. Ja, da guckst du blöd, wa? Ach. Das Schwertwerfen macht so Spaß. D, 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 d. Ach, nöööö. Er hat unseren letzten schweren Schützen ausgeschaltet. Boah, bitte. Wo ist der hin? Der geht so hoch. Komm mal, konzentrier dich. Konzentrier dich doch einmal. Mein Freund, jetzt geht's dir an den Kragen. Jetzt komme ich dich holen. Jetzt komme ich dich holen. Wir werden direkt hinter dir sein. Er hat zu viel Angst. Alter. Kommt ihn einfach. Weiterhin nicht. Nein. Juhu. Trete zurück, ich krieg das hin. Hier tut nicht die Nächten sein. Es ist zu gut. Ha. Ihm nur. Hui. Es ist schwer, an ihm dran zu bleiben. Ziel ist geschwächt. Ich bleib kurz zurück. Du hältst mich nicht. Wir werden es schnell zu Ende bringen. Wir sollten die Waffe schnell bennen. Was? Wir müssen es hier nicht mal versuchen. Du gehst runter. Ich habe Schaden erlitten. Ich bleibe an dir dran. Ich habe ihn verfehlt. Okay, noch mal. Alter. Wir schaffen das. Ich habe ihn verfehlt. Rückt endlich vor. Du bist schnell. Halt. 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 Meine Fresse. Geht ihr mir aufs Nerv? Der nächste schwere Gegner kommt direkt hier. Mit. Da ist Bewegung. Ah. Da ist er wieder. Er geht ohne Autorisierung. Ja, komm. Und tschüss. Registriere Interferenz. Fehler. Großen Schaden verursacht. Ach, da gehst du mir auf den Nerv. Mein Gott. Sollen sie nur. Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Bald ist unsere Dekko weg. Na, komm. Das gibt's noch nicht. Ich bin ausgewischen! Ich bin ausgewischen! Ich bin ausgewischen! Viel besser! Und das ist noch nicht mal Großmeister hier, ne? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Scan. Den Geysir. Ich weiß nicht, dass ich jetzt nicht da bin, wo ich hin soll. Ich glaube doch, hier bin ich richtig. Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Wir sind überall stumm. Tropfen. Elung. Die sind überall. Energie. Ach ja. Hallo? Äh. Hoffentlich überleben wir das. Alles gut? Schön, dass du hier bist. Alright. So. 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 Unmöglich, würde ich auch sagen. Kommt mal mit, Freunde. Ich zeige euch mal was. Seht ihr die Droiden da oben? Das sind jetzt meine. Warum schießen die ja nicht? Euch kann man aber auch echt nicht gebrauchen. Imperialer Schrott. Ich muss erst mal da hochklettern, was holen. Ja, und hier wird... Hieraus wird irgendwann die Starkiller-Basis. Das hat man bis jetzt noch gar nicht so deutlich irgendwie gehört. Irgend, ne? Aber es ist ja wohl... Oh, mehr als eindeutig, dass aus Illum die Starkiller-Basis gebaut wird. Bis jetzt habe ich da noch... Also es ist ja der eindeutige Beweis hier, das Bild hier. Ich glaube, sieht man auch wirklich nur hier in diesem Spiel den Beweis? Und will es vielleicht deswegen keiner wahrhaben? Weil wenn es kein Illum mehr gibt, kann es dann in der Zukunft überhaupt noch... Ja, Jedi schon, aber kann es noch Lichtschwerter geben? Wo kriegen die Jedi ihre Lichtschwerter her, wenn man irgendwie da... Wenn Rey dann irgendwie irgendwann mal wieder einen Orden gründen sollte? Ach, hier lang. Hier sieht man es noch gar nicht, ne? Was ist es, BD? Poncho-Material. Boah, uns fehlt nur noch ein Poncho. Companeo! Ich habe keinen Bock mehr auf Poncho. Das ist eigentlich das Schwarze. Der Companeo. So. Da ist er. Komm. 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 Wo kam die Rakete her? Ist der zweite schon da, oder was? Ja. Komm schon. Mach's mir doch nicht so einfach. Dann halt doch. Kommt da noch jemand raus? Oh ja. Oh ja. Come on. Hau doch nicht ab. Okay. Mhm. Meine Macht mal aufladen. Komm mal mit, mein Freund. Ach, schade. Das war's schon, ne? Alles hier erkundet. Ja, schön. Dann weg hier. Da, 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 da. Der hat ein bisschen wie Tom Cruise, ne? Ja. Ja. Ja, tut er. Leute? Ich dachte, er wird zu. Die Flucht. Achso, da wird ja immer einfach nur erzählt, nochmal, was wir gerade gespielt haben. Nö. Da oben ist er. Der ist immer woanders versteckt, ne? Hihihi. Ist ja eigentlich alles gepflanzt, ne? Ganz links könnte noch was hin, oder? Hübsch. Ich weiß ja nicht, ob ich mit meiner Lichtschwertfarbe so zufrieden bin. Äh... Was haben wir denn noch mal? Was haben wir hier für Material? Material. Das heiße Material ist auch... Oh, erinnert mich noch an Ahsoka, ne? scoring ist auch nichts wieder aika ist. Okay. 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 sigue gelegen. Okay. 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 Dududo Rot, Alter. Mmm. 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 Oh, das sieht auch geil aus. Na, 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 na. Hmm. 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 Das war's. Ich hab Bock auf, noch nen Keks. Jetzt wieder ab nach Datum hier, ne? Geht's an den Dingens an den Kragen denn? Manikos. Hm. Ich kann hier nicht mehr schlafen. Jetzt hab ich das Buch gelesen, ne? Jedi-Kampfnarben. Und... Jetzt muss ich gerade nur... Kann ich gerade nur noch daran denken, wie Maren es hier mit der Sturmtruppelage getrieben hat. Jetzt seh ich, wie du arbeiten musst. Jetzt stehst du da rum mit deinem dicken Bauch. Dann mal los. Ich will nicht nach Datum hier. Eine Kiste und ein Geheimnisfilter nur noch. Also zurück nach Datum hier. Ja. 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 Das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Ja. Ja. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich! Vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde ja auch... Alles wird gut, alles wird gut. Gibt's Wetten darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? Hm. Alles. Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haxion-Brot und rückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben, ich habe für Aufregung gesorgt. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion-Brot? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst... Diese chromatische... Blablabla. Ich kann das Ding ja hier mal weg damit... Ausliefern. String dich weiter an, Greasy. Ich könnte etwas Helfer gebrauchen. Was? Warum sollte ich das tun? Nein, nein. Ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also was willst du, Kerl? Hm. Gar nichts. War Spaß. Was? Toll. Es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, benutzt dich. Und jetzt beeil dich, damit wir schnell von hier wegkommen. Ich wollte eigentlich sagen, dass dieses Spiel... Ich sehe gerade das Bild in OBS und es sieht immer noch aus, als wenn da so ein... So ein warmer Filter drüber gelegt wäre. Das sieht... Naja. Ähm... Dieses Spiel, was dieses Spiel mit Dartomir gemacht hat, ist super, weil... Ja, man ist hier echt nicht gerne. Auf Dartomir. Es ist echt nicht angenehm, hier zu spielen. Sogar auf den leichteren Schwierigkeitsgrad nicht. Ich weiß gar nicht, wo... Ich weiß gar nicht, wo... Ich hin muss... Ich weiß gar nicht, wo... Ich weiß gar nicht, wo... Ich weiß gar nicht, wo... Hallo? Ich bin nur noch am Rauchen. Ich habe nur eine Hand frei. Jetzt sind ja auch überall da oben diese Eier, ne? Die wir noch öffnen. Ich muss hier gar nicht lang. Achso. Ist hier unten nicht. Ach komm. Öffnet ihr euch nicht? Wenn ich hier oben bin vielleicht? Nicht? Ja. Ich hasse diese Viecher. Wenn man am Rauch ist, ist das echt nicht... Nein! Oh, hör doch auf ihn anzuvisieren! Ich brauche wirklich einen Stimm, Kumpel. Mir geht's nicht gut, Kumpel. Ja. Ah... Wir rauchen erst mal. Der Kerl ist sich noch gar nicht durchs Haar gefahren, seitdem ich spiele. Warte mal. Ist da kein schnelleren Weg hin? Wo ist hinten, ey? Ach... Ist ja wirklich unangenehm, ey. Der Weg dahin. Ist hier die Brüder. Alles ist nur voll mit den Nachtschwestern. Da oben. Da oben das Geheimnis habe ich auch schon entdeckt. Hm... Das Atom hier ist echt nicht schön. Das Atom hier ist echt nicht schön. Erstmal meinen Stimm wiederholen. Da, 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 da... Da, 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 da... Da, 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 da... Trotzdem haben die mich wieder erwischt, ne? Glaub ich ja nicht. Oh. Aha. Und da auch. Oh, da sind schon wieder Kopfgeldjäger. Ich glaub's nicht. Mein Gott. Ah, wieder zu zweit sind die. 3, 2. Und los. Ja. Auf den Schritt. Ah, jetzt blutet er. Ja. Jetzt geht's schon. Schnell, was? Auf geht's. Du bist ja richtig gut. Du bist ja richtig gut. Was? Kommst du mir bis hier rein? Kommst du bis hier rein? Ich verfolge dich. Er kommt echt hier rein, oder? Ja. 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 Auf geht's. Ja. 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 hab ich dich hier reingeprügelt Drecksack Da ist der zweite Fähigkeitspunkt So, jetzt ist die Frage Wofür können wir den gebrauchen? Mehr Macht? Mehr Macht? Erst mal ausruhen Oh, das ist gut Dafür brauch ich drei Das ist echt gut hier Zack Wir nehmen die maximale Macht Die sich erhöht Was haben wir jetzt da draußen? Komme ich überhaupt raus? Hexen Hexen, Hexen Nö Nö Es macht einfach so Spaß Die Keramik hier umzurennen Geht's jetzt eigentlich schon direkt los mit dem Endkampf? Da ist er wieder Meister Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Nö Das bin ich nicht Glaubst du ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein Nein Mich euch zu stellen Erinnerungen, die mich seit Bracker verfolgen Ich fliehe nicht länger vor ihnen Dann lass uns sehen welche Art von Tod dein Mut bringt Die Waffe du führst gehört mir mein Schüler Komm Du musst meine Lehren übertreffen ansonsten stirbst du hier War das schon alles? Hahaha Ich hab den falschen Knopf die ganze Zeit gedrückt aber ist Kraft die Antwort Meister Ich werde nie vergessen Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren Und vergiss nichts Beharrlichkeit enthüllt den Pfad Beharrlichkeit Das ist doch das Geheimnis wie man dieses Spiel hier Natürlich kann ich gewinnen auch oder ist die 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 wenn wolltest du ich sehe dich da unten da 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 das ist das hier wir sind im Grab wir sollten nicht hier sein der Ort ist verflucht hab keine Angst wir haben einen Pakt du wolltest nicht deine Magie lehren Suche nach Macht der Wanderer und die Hexe Malikos verlangte von Meryn ihn durch die Ruinen zu führen aber sie hatte Angst sie wusste dass er nach Macht strebte meine toten Schwestern dieser Mann hat uns Vergeltung versprochen unter der Bedingung dass ich ihn unsere Magie lehre verzeiht mir ich muss zu Malikos halten Meryns Pakt Meryn flehte ihre verlorenen Schwestern um Vergebung an sie schloss einen Pakt mit Malikos und willigte ein ihm ihre Magie zu lehren fürchtete aber sie könnte ihm nicht vertrauen warum hat sie es dann gemacht Superheldenlandos ja man geht's jetzt jetzt geht's jetzt wir sind jetzt schon da jetzt schon gegen Malikos dem alten Hühner Schräger hinten steht er du kehrst also zurück mutig da ist sie reise ja vielleicht Meryn richtig ich bin Cal Kestis was dir über die Jedi erzählt wurde war falsch das sagst du Cal Malikos hat auch viel gesagt Taryn Malikos hat zu meinem Orden gehört aber was er jetzt ist das weiß ich nicht ich weiß nur dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht was denn dann wir waren Friedensstifter verraten von denen die wir beschützten vom Imperium gejagt ich ich bin wohl einer der letzten meiner Art ich war noch ein Kind als sie angriffen ein Krieger in Rüstung schwang das hier er stürzte sich auf uns und schlachtete mein Volk ab Grievous bis ich ganz allein war mit den Toten dann kam Malikos und versprach mir Rache falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte ich weiß wie es ist alles zu verlieren und Malikos hat es einfach gegen dich eingesetzt wir müssen keine Feinde sein das wirst du brauchen und schon ist sie weg ich beobachte dich verschwinden wir von hier da hinten steht er dort liegt dein Ziel noch kannst du gehen leider nicht Leben stehen auf dem Spiel und welche? Unschuldige machtbegabte Kinder die gejagt und ermordet werden so wie wir du fällst zurück toll ein bisschen das könnte ich euch auch fragen dort schon mal Stärke mehr als Jedi verstehen können und ich kontrolliere sie das würde ich dir auch anbieten begreift ihr denn nicht das alles interessiert mich nicht ich will den Orden wieder aufbauen den Orden der Jedi aufbauen es ist vorbei die Zeit der Jedi ist längst vorbei er erstickt von der Tradition er taubt durch unseren vergangenen Ruhm er blindet durch endlosen Krieg gut möglich aber es ist nie vorbei Malikos wir sind jetzt hier und können dazulernen und auf unseren Fehlern aufbauen dazulernen? sie haben keine Zukunft mehr warum siehst du das nicht ein? es ist Zeit für einen Neuanfang du und ich wir wir können etwas anderes aufbauen etwas besseres nein dann wird datumiert dein Grab sein siehst du Padawan? ich bin konzentriert ich lasse nicht zu dass du mich niederschlägst werfein rüber BD ein du bist ein Nichts komm kämpfe wenn du es wagst ich bin doch dabei das war gar nichts wir können gescheitern haben nochmal ein א�は er er Aha. Aha. Ah. Du wirst dich nicht, Bessie. Komm. Ah. Oh, ist das geil aus. Es war falsch, dich an meiner Seite zu werden. Stopp, Welpe. Danke, Maren. Das scheint schon mächtig zu sein. Das scheint schon mächtig zu sein. Mein Verstand ist schall. Ich hab's kaum gespürt. So schön. Ausweichen. Nicht drennen. Ich krieg dich, Malikos. Mach das doch mal. Mach das doch mal. So. Nur Feiglinge rennen weg. Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Easy. Was soll das? Wie ihr schon sagtet, Malikos. Datomir wird euer Grab sein. Uh. Nein. Nein. Mehrere Einträge. Mehrere Einträge. Hm. Gehen wir mal was trinken? Was willst du wirklich hier, Kerl Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sephor, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber... Das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium. Das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helf dir das Astrium zu finden. Danke für die Hilfe mit Malikos. Dachte ich, wer geliefert. Ja, so wär's gekommen. Ach. Zum Glück kam's anders. Ich hab gerne einen Verbündeten. Ja, ist ne schöne Sache. Gern geschehen, Kerl. Hol dir was du willst. Hat sie das jetzt wirklich gesagt? Na dann komm mal her. Ja. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das Spiel nochmal durchspiele, ne? Aber am PC macht's echt so viel Spaß. Na 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 naaa na naaa naaa. Okay. Oh, wie schön sie sich die Hände geben. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Hm. Mhm. Nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier, völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich liebe diese Weisheiten in Star Wars, ne? Gerade, weil die sich so mit meinem Leben gerade erst decken oder was heißt gerade, ne? Ja doch, jetzt endlich, ne? Jetzt, wo ich es endlich geschafft habe, aus meiner großen Krise rauszukommen, ne? Die so lange, 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 lange Zeit ging. Und jetzt, also ich war auch wirklich lange allein. Und jetzt gehe ich wieder nach vorne, ne? Auch finde ich sich jetzt gerade nicht so, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es mir so geil geht, ne? Aber es geht mir nicht mehr so wirklich, wirklich abgrundtief schlecht wie die letzten Jahre, ne? Und ja, jetzt erwartet man irgendwie, dass es irgendwie so richtig geil jetzt wird, ne? Und so fühlt es sich gerade nicht an. Und, ähm, das macht einen gerade, oder macht mich gerade so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Man erwartet so viel jetzt gerade im Augenblick, glaube ich, ne? Dass jetzt alles super geil wird und alles auf einmal kommt und, ähm... Ich denke nicht, dass es richtig ist, das so zu erwarten. Ach, machen wir mal weiter. Mir fehlt ne Merrin im Leben. Und ein Grease und eine Seer. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Ein Neuanfang. Da sie beide Überlebende der gefallenen Orden sind, fangen Merrin und Kerl an, sich gegenseitig zu vertrauen. Nach ihrem Sieg über den finsteren Malikos erkennen sie den Vorteil einer Zusammenarbeit. Beflügelt von Kerls Worten beschließt Merrin Dathomir mit der Crew der Mantis zu verlassen, ohne in der Galaxis ihren eigenen Weg zu gehen. Schön. Boah, vier Stims haben wir benutzt, ne? Jetzt weiß ich auch noch so, dass beim ersten Durchspielen war Malikos wesentlich schwerer, weil ich so das ganze Spiel halt mit vier Stims auch nur gespielt habe, ne? Wie sitzt die da? Na? Alles klar? Alle Hexe. Hehehe. Fies, ne? Das geht nicht los. Na, immer noch kein Fähigkeitenpunkt. Wo ist sie? Da oben? Glückwunsch. Du hast bestanden. Wirst du mir dabei helfen? Ach, du schaffst das schon. Ja. 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 Na komm. Konnte der nicht mal springen? Haben die das rausgepatcht? Man konnte doch mal springen, während man geblockt hat. Ich kann gerade nicht springen. Und dann doch wieder. Mach mal ruhig. Ich followers. Hey, Leute. Ja. Hohe. jetzt kann ich jetzt springt er das gibt es doch gar nicht hammerhart krass man habe ich doch gar nicht so wahrgenommen dass man die alle zu staub zerfallen lassen kann alle weg da Ah, komm. Mehr Keramik. So, Marriott. Begräbnisstätte Kujet, der seinen Anhänger Macht und Beherrschung des Lebenswindes versprach, inszenierte von seinem geheimen Sitz auf Datumir, der später als Grab von Kujet in die Geschichte einging, ein Massaker. Super in den Landung. Geil. Jetzt befreien wir auch noch die letzten. Hier. Da ist auch noch einer. War's das jetzt? Wäre geil, wenn's für so'n Blödsinn halt, äh, Auszeichnungen geben würde. Du-du-du-du-du-du-du-du, du-du-du-du... Wim? Wim? Jetzt fehlt uns aber immer noch ein Geheimnis, ne? Ein von ein Geheimnis... Aber wo? Wo ist die Frage? Drei von drei Truhen... Und da waren wir auch irgendwo noch nicht. Mir ist es so, als hätten wir noch nicht alles erkundet. Jetzt habe ich die Vermutung, dass die ganzen Hexen kommen. Aber jetzt mag Merrin mich doch. So, warte mal. Hier bin ich lang. Und da habe ich alles. Ich bin ziemlich sicher. Ach komm, rutschen wir einfach mal da runter. Oh. Rutschen wir einfach mal hier runter. Das sind jetzt hier gar keine Gegner mehr. jetzt, wo ich mit der Hexe so bin. So bin. Mistvieh. Da hoch. Ah doch, da stehen sie noch. Na komm. Okay. So, wo bin ich eigentlich lang? Ja, hier hoch. Weil, konnte ich ja vorher noch nicht. Wenn ich das erste Mal... Warte mal. Hm, nö. Tag. Hier konnte ich vorher noch nicht lang. Ach, hier ist die... Gibt's ja gar nicht. Bin ich wieder hier? Was ist da unten? Da war ich ja... Dann auch noch nicht. Ach komm. Weg von hier. Geht's jetzt schon nach... Äh... Nur du? Nur du? Was ist da, hier? Tuck, 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 tuck. Eshtets? Eshtets? Egal. Geh mir einfach ein Stimm-Dimm. Seid ihr hier? Nö. Hier noch irgendwas zu holen? Nö. Ist ja komisch. Boah, alter. Wo kommen die denn auf einmal her? Ich höre es hinter mir auf einmal nur krabbeln. Alter. Alter. Geht doch mal weg, ey. Ich hasse diese Fischer. Ehrlich. Krabbelst du hier noch irgendwo? Nö. Ich höre da was krabbeln. Meine Güte. Gar nicht so einfach. Was ist denn hier? Da bin ich auch noch nicht lang gekrabbelt. Okay, einfach nur ein anderer Weg. Another way. Okay. Warte mal. Aha. Äh. So. Ich bin wieder da, Familie. Das ist der Mond, wo Merrin da aufgewachsen ist, ne? Oh. Oh. Sobald die Musik aufschreckt, schrecke ich auch auf. Du hast es gefunden. Uh. Wer ist das? Uh. Wer ist das? Irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia. Grease. Das ist Merrin. Sie ist doch eine Hexe. Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Ja, muss sie. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Ich verstehe nicht, was du sagst. Eine neue Verbündete. Merrin ließ Kerl passieren, warnte ihn aber, dass ihn Malikos erwarten würde. Malikos versuchte ein letztes Mal, Kerl auf die dunkle Seite zu ziehen, ging aber zum Angriff über. Als ich dieser weigerte. Malikos schien zu gewinnen. Stimmt doch gar nicht. Malikos schien zu gewinnen, bis ihn Merrin mit der Magie attackierte. Mit ihrer Magie attackierte. Gemeinsam gelang es ihnen, Malikos zu bezwingen. Anschließend erklärte Kerl, er sei wegen eines Astriums nach Datum hier gekommen. Merrin versprach, ihm zu helfen. Und schließlich fanden sie ein Astrium in Kujets Grab. Da sie mehr über die Galaxis erfahren und ihrem Volk eine Zukunft sichern wollte, beschloss Merrin, Kerl auf seiner Reise zu begleiten. Die Crew ist bereit, nach Bugano zurückzukehren, um sich auf die Suche nach dem Holocron zu machen. Ach ja, erst mal das Holocron holen. Das hätte ich fast vergessen. Hier schon wieder Malikos schien zu gewinnen. Ich habe den eindeutig dominiert. Ist dasselbe wie gegen Thriller. Nur weil ein Droide sich eingemischt hat. Nix da. Ich hätte sie fertig gemacht. Hey Grease, rufst du mich? Sind diese Ranken sicher? Sie werden ziemlich groß. Ja, es ist ganz schön anstrengend, sie jeden Tag zu schneiden. Aber die sind okay. Außer ich vergesse sie zu schneiden. Sehr beruhigend. Sehr beruhigend. Irgendwann fressen die das Schiff auf. Die Ranken. Stand direkt hinter mir. Wo ist eigentlich der kleine Bockling? Immer noch da oben. Da versteckt er sich. Astrium holen. Astrium holen. Holocron holen. Astrium haben wir ja jetzt. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Ich will endlich diesen Angriff hier. Ja, Mann. Der ist cool. Damit habe ich den Endboss beim letzten Mal fertig gemacht. Also die Endbossin. Wie sagt man? Halbige Form von Boss ist Boss. Endboss. Mit dem Lichtschwein bin ich eigentlich zufrieden, so wie es jetzt ist. Habe ich meditiert? Habe ich meditiert? Äh. Grease steht hinter dir. Wie er da hinten steht, weil es so einfach zuhört. Im Dunkeln. Der arme Grease. Ich bin nicht sicher, ob es mir gefällt. Stille ist seltsam, wenn man sie nicht sucht. Am liebsten würde ich die Räume mit der Musik meines Halligs erfüllen oder so. Oh mein Gott. Ihr solltet wieder spielen. Vielleicht. Zur Zeit fühle ich mich aber nicht danach. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Könnt ihr es mir beibringen, wenn alles vorbei ist? Warum nicht? Gerne. Er steht einfach da, weißt du? Und sie ist voll am Lästern über ihn. Ich würde gerne ein wenig nachdenken. Und Grease. Manchmal benötigt das Auslassventil ein wenig Wartung, aber ansonsten macht es kaum Probleme. Grease ist ein wahrer Experte, wenn es um Technik geht. Er hat bisher jedes Problem, der Mantis im Handumdrehen gelöst. Mich überrascht nur, dass er draußen auf Datumier ist. Nun, sie hat nach meinem Schiff gefragt. Da muss ich es ihr doch zeigen. Das ist faszinierend. Du musst mir zeigen, wie man Pilot wird. Wow, eins nach dem anderen. Erst Wartung, dann Flugstunden. Vielleicht. Bis jetzt habe ich noch nichts versprochen. Okay. Grease bereit für eine Datumier-Tour? Du machst Witze, oder? Er würde nicht lange durchhalten. Hör auf, die Schwester der Nacht. Ich verzichte dankend drauf, Kleiner. Ich bin zwar ein Spieler, aber für das Risiko bin ich noch nicht bereit. Vielleicht zeigst du uns mal dein Zuhause. Ja, das ist eine gute Idee. Echt? Na, Teron? Ich denke drüber nach. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal dort war. Das fände ich selbst ganz schön. Grease? Ich hoffe, der Kleine kriegt es hin. Grease? Bist du okay? Oh, Cal. Ich habe mit meiner Pflanze gesprochen. Ha, ich verstehe schon. Das hat mich jetzt verwirrt. Du sorgst dich um deine Pflanzen? Sprich sogar mit ihnen. Hey, die sind gestresst. Manche mag es vielleicht harter machen, aber Pflanzen gehen davon ein. Sie werden durchkommen. Und falls nicht, könntest du sie dann zurückbringen? Vielleicht. Und nur, dass das klar ist. Ich will nicht von Monsterpflanzen im Schlaf angeknabbert werden. Ach, dann solltest du mich nicht ärgern. Bin beschäftigt, Cal. Ich bleibe hier. Ich muss nicht noch weitergehen. Sehe ich auch so. So, fertig. Was sind hier noch Dialoge? Du nicht? Dein Fuß steckt im Tisch. Tschüss, Datumir. Ja. BD wartet schon. Dann mal los. Bugano. Oh, da haben wir noch neun Truhen. Ja, dann ab dahin. Wie grazil sie da sitzt. Der Bau unserer Lichtschwerter führt uns zu uns selbst. Der Macht und den anderen. Seltsam, dass ein Orden von Redenstifter eine Verbundenheit durch Waffen erschafft. Das hab ich auch schon oft gedacht. Dieser Übergang in den Hyperraum. Ich hab Hyperraumübelkeit. Setz dich, Junge. Wir landen gleich. Jupp. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey. Hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Steaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, äh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Diese Machtnutzer. Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie da nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey. Kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Äh, ähm, ja? Ich mag mein Steak rare. Ah, okay. Ja, das hört sich gut an. Hehehe. Pilot der Mantis. Während ihrer Reise gewinnt Grease Vertrauen zu seinen Freunden und berichtet von seiner Liebe für gutes Essen und seiner Urgroßmutter. als seine Fähigkeiten als Pilot auf die Probe gestellt werden, muss Grease zu beiden, äh, zu dem Helden werden, von dem er nie gedacht hätte, dass er in ihm steckt. Oh, die alte Luxusjacht. Oh, die alte Luxusjacht. Sehen wir jetzt draußen, ob ich alle... Hab ich... Ich seh meine Energieanzeige nicht. Wo ist sie? Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bugano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bugano ist speziell. Die Sephora haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Wir sind definitiv nicht mehr auf Datomir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Der ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datomir eingeschränkt. Das ging mir nach Bracker genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mentes gefallen. Ey, wieder so eine geile Weisheit. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits? Konzentrier dich auf deine Mission. Okay. Mach ich. Hey! Äh, Moment. Ich weiß, du holst jetzt dieses Holo... Kron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich von Glück reden. Das wäre schon geil, ihn mit vier Lichtschwertern so wie General Grievous zu sehen. Dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben. Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, frohe Bilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern, ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viertel Kumpel. Danke, Kumpel. Wie läuft's denn mit Maren? Äh, ja, sie macht mich immer noch nervös. Du weißt schon, dieses Tote erwecken, aber solange sie mich nicht umbringt... Wird sie nicht. Du bist sicher. Ja, ja, das hast du schon gesagt. Und... Und du lebst noch? Ja, noch. Dir passiert nichts. Wir stehen's alle gemeinsam durch. Witzig, dass es dort endet, wo es begonnen hat. Oh ja. Ich erinnere mich an deinen ersten Besuch. Ich hab's nicht geglaubt. Also, dass du einer bist. Ein Jedi? Jedi oder nicht. Jedenfalls definitiv nicht der Richtige. Und jetzt? Tja. Ob du Jedi bist oder nicht. Also, ich verstehe die Sache mit der Macht immer noch nicht richtig. Aber ich weiß, dass du ein echt zäher Bursche bist, Kleiner. Danke. Du auch. Hey, hey, hey. Ja, das stimmt. Und ich hab mich auch noch gut gehalten. Wenn du ein gefährliches Monster siehst, töte es, bevor es mich tötet. Okay? Okay. Okay. Sag okay, Kerl. So. Hier sind alle Dialogoptionen weg. Na? Ist die größer? Ja, wie Kerl. Kerl, hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremd. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schaff das schon hier. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Bereit für das, was jetzt kommt? Ja. Und du bist es auch. Das habe ich gesehen. Du hast aus all dem viel gelernt, Kerl. Und von euch? Nett, dass du das sagst, Kerl. Aber ich werde nicht mit dir im Gewölbe sein. Das werdet ihr. Nur auf eine andere Art. Gut, dass wir dich gefunden haben, Kerl. Viel Glück da drin. Und vergiss nicht. Erst denken, dann handeln. Cordova hat sicher eine Prüfung hinterlassen, die nicht jeder bestehen kann. Möge die Macht mit dir sein. Ich bin sofort wieder da. Möge ich mal gerade was am Handy schauen. Na, funktioniert aber nicht. Dann. Oh, jetzt können wir zu so vielen Bereichen, ne? Eigentlich ein Doppelsprung auf Bogano. Das Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Müssen wir wieder dahin, wo wir ganz am Anfang hin mussten, ne? Ja, genau. Machen wir das als erstes? Ja, komm. Gehen wir erst mal zum Ziel. Und danach. Der erste Meditationspunkt im Spiel. Hier haben wir BD getroffen. Hallo. Komm, ich da jetzt rübergesprungen? Es ruckelt aber hier ganz schön heftig. Wie sie, wie sie quietschen. Wie sie quietschen und kreischen. Ähm, wo muss ich hin? Äh, da ist das hohe Ding. Und hopp. Was war das? Ach ja. Dann ist der Gegner gespawnt. Na, komm. Was? Komm. Ich will ihm die Zunge abschneiden. Ich will ihm die Zunge abschneiden. Verdammt, einfach rein in die Zunge. Egal. Na, komm. Komm. Wird doch keine Zunge abgeschnitten. Doch kann ich das auch hier nachträglich machen. Nö. Ich wäre bereit für ein Selfie. La, 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 la. BD, hilf mir bitte. BD, hilf mir bitte. Einen Fähigkeitspunkt. War da nicht noch eine Fähigkeit, wo ich nur einen Punkt brauche? Boah, ist die letzte Fähigkeit jetzt hier, ne? Krass. Dann ist der Skilltree voll. Rein da. Kommt jetzt hier nochmal Thriller? Oder habe ich hier schon gegen sie gekämpft? Ich meine noch nicht, oder? Dann kommt die jetzt. Der Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holokron. Hm. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Cool, Alter. So, ab zur Wand. Ach ja. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausfahrt. Waren die so groß? Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren. Und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Hat der jetzt gesagt, Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert? Das ist doch dasselbe, was in Jedi passiert ist. Ja, anscheinend kann keine Spezies anständig mit der Macht umgehen über längere Zeit. Das ist das Gleichgewicht. Das ist das Gleichgewicht. Das ist das Gleichgewicht. Das ist mir vorher gar nicht, nie so bewusst gewesen, dass es halt... Boah, guck mal, wie sie da alle stehen und mich angucken. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber denen ist also dasselbe passiert wie in den Jedi. Okay. Hallo, Kron. Hallo? Hallo? Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis. Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Warum gibt es eigentlich keine anständigen Kinder-Synchronsprecher so in Deutsch, in Deutschland? Ich weiß nicht, man hört halt immer, dass es Erwachsene sind, ne? Ich glaube, das liegt eher daran, dass die halt nicht... Gibt es bestimmt, ne? Aber die dürfen halt nicht arbeiten, ne? Weil sie noch zu jung sind. Das könnte das sein. Warum man so oft halt Erwachsene hört. Als Kindersprecher. Das müsste das sein, eigentlich. Kannst halt keine... Keine zwölf, dreizehnjährigen da hinstellen und arbeiten lassen, ne? Das Imperium! Meister, sollen wir kämpfen? Die Inquisitionen sind hier! Ja, wenn man jetzt... Ich frage mit so einem Jedi-Orden, ob das überhaupt Sinn macht, ne? Nach dem Fall. Vor allem im Krieg gegen das Imperium. Nachdem das Imperium gefallen ist, natürlich, dann macht es vielleicht Sinn. Aber auch nur auf freiwilliger Basis, würde ich sagen. Jünglinge fangen! Den Rest umlegen! Wir werden schnell weiterfeuern! Cool! Ich bin noch da! Lass sie dir in Ruhe! Ich kann nix machen. Kleiner. Ausschwärmen. Da sind noch mehr. Erbwürfel. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich? Oh! 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 Thriller-Chinchilla! 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 Wir sind vielleicht die jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie! Habe ich mich jetzt erschrocken, Alter. Habe ich jetzt Mr. Kestis gesagt? Das sieht alles so verwaschen aus. Boah, ich bin schon wieder erschrocken vor der Tür. Donner die auch so zu. Das ist so wie in Deutschland morgens die Leute hier Rollo, äh, hoch machen. Rums! Das ist echt übel. Die alte Foltermaschine. Ich schwöre, vor der nächsten Tür schreck ich mich nicht. Jetzt kommt nämlich keine mehr, glaube ich. Inquisitor-Kerl. Hier gehen Jedi jagen. Oh! 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 Oh Shane! Pff! Da ist sie. Da ist sie. Mitleid, ich hab dich fertig gemacht. Genauso wie ich dich jetzt wieder fertig mache. Triller, Chinchiller. Jedi-Meister. Reicht. Großmeister hab ich auch schon geschafft. Es ist echt gnadenlos. Komm, ich mach dich auch auf Jedi-Großmeister fertig. Hoffentlich bereue ich das nicht. Ich mach dich auch auf Großmeister fertig. Komm, Triller. Immer noch auf der Flucht. Komm schon. Komm schon. Ah. Muss schon schneller sein. Hat sie mich getroffen. Oh. Der war aber neu, der Move. Komm. Komm schon. Scheiße. Hätte ich doch nicht auf Großmeister gestellt. Komm, ich mach dich fertig. Oh. Oh, sei vorsichtig. Jetzt spürt er das, ihre Vergangenheit. Alles okay. Wer ist das? Nein. Nein! Aber ich habe sie besiegt auf Großmeister. Jetzt machen wir wieder auf Meister zurück. Wo ist denn das andere Lichtschwert jetzt? Tja. Imperium ist jetzt hier. Imperium. Imperial. Ach, guck mal. Da hocken sie wieder. Nein, nein, nein. Seht ihr das? Hey, ein Eindringling. Seht eure Köpfe ein. Und jetzt. Er schießt den Lenin. "...Dick, dick, 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 dick..." Oh, er lacht den mir. so chillt ihr hier rum oder was gar nicht mehr so schlecht die frage ist noch hier sind noch wie viele kisten versteckt alles erkunden hier alles besten wäre doch wir verlassene werkstatt ihr bocklinge hier können wir mal rein glaube ich oder ich glaube das bringt uns jetzt nicht viel wohl war nur ganz am anfang mal drin ganz cool hier wegstoßen zu der kiste komme ich jetzt von hier aus auch nicht okay dann wieder raus hier nee einfach mal hier hoch da sind sie schon wieder so ist auch weg da unten erschreckt mich doch nicht ich bin sehr schreckhaft heute kommt aber aus dem boden geschossen wo sind wir denn hier müssen immer bis zum rand gehen um zu gucken ob ich will es jetzt nicht testen komm ich da hin komm ich da hin so komme ich da hin der hätte ich auch gar nicht gescannt ich habe eine merkwürdige alte kugel gefunden jetzt kann ich auch testen was ich eben testen wollte aber das wird nicht funktionieren oder komm ich da mit einem doppelsprung hin komm ich da mit einem doppelsprung hin ne auf keinen fall auf gar keinen fall was soll ich denn hier unten kann ich da hochklettern ich weiß gar nicht ob da ja ne 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 das hätte ich doch mitbekommen wenn da ranken gewesen wären oh junge 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 wieso denn direkt wieder zwei ja h ver pass Rhett Okay. Ja, komm. Das war's schon. Verrückter Mitch. Mensch Grease. Nur wegen seinen Wetten, wegen seinen Spielschulden jagt uns diese Brut hier quer durch die Galaxis. Das schnelle Klettern ist so viel angenehmer. Ach ja. Na, 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 na. So, seid ihr schleimigen Würmer. Na, komm. Na, komm. Na, ich muss meine Macht aufladen. Na, ich muss meine Macht aufladen. Na, 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 na. Das war jetzt schon fies. Na, 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 na. Ja, na, 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 na. Na. Kannst deinem Kollegen folgen, der ist an die Klippe runtergefallen. Was? Jesus. Jesus. Und tschüss. Weeeeeeee. Ich wusste, dass du da reinspringst. Ich habe nie an dir gezweifelt. Lichtschwertmaterial. Laminstahl. Aha. Hack es. Poncho von der Küste. Ach ja, ich muss die ja mal alle anziehen, weil die haben ja manchmal hinten einen richtig coolen Aufdruck drauf. Der hier allerdings nicht. Der ist einfach nur dreckig. Welchen habe ich ja noch nicht angehabt. Den hatte ich schon oft an. Den Orangenen. Der hat auch nichts hinten drauf. Das ist ja der Originale. Der ist ja noch schmutziger. Ah nein, das stimmt hier. Das ist doch dieser Wookie. Auf jeden Fall der, den ich... Auf... Boah. Wie heißt denn jetzt nochmal der Planet der Wookies? Alter. Wie kann man das denn vergessen? Äh. Wie kann man das vergessen? Peinlich. Ähm. Boah. Das hier kenne ich auch nicht von hinten. Ähm. Der Planet der Wookies. Wie heißt der nochmal? Mit dem großen Baum. Boah. Kennt ihr das, wenn man was vergisst, was irgendwie was... was man so klar und deutlich kennt? Ähm. Ich gucke jetzt nicht nach. Ähm. Wie kann man das vergessen? Ich denke nicht drüber nach, dann fällt es mir gleich ein. Das stört mich jetzt richtig. Alter, stört mich das jetzt gerade. Jetzt gucke ich trotzdem nach. Äh. K-K-K-Kaschik. Kaschik. Mein Gott. Heißt du, ich wäre jetzt auf Kaschik gekommen? Gibt's nicht. Was bringt es mir eigentlich hier? Was bringt es mir eigentlich nochmal hier drauf zu klettern? Wettersensor. Der Jedi-Meister Eno Cordova hatte diesen Wettersensor ursprünglich gebaut, um zu wissen, ob er bei seinen Ausgrabungen einen Pullover tragen sollte. Zu seiner großen Überraschung zeigten die Messdaten allerdings Spuren einer elektromagnetischen Strahlung in den Winden auf Bogano an. Obwohl die Konzentration dort deutlich geringer war als auf Cepho, nahm Cordova an, dass dies einer der Gründe gewesen sein könnte, warum Cepho ihr Gewölbe auf Bogano errichtet hatten. Eine Wetterstation. So, wo geht es jetzt hin? Ach ja, komm. Hier war ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Schon wieder Kopfgeldjäger. Die sind überall. Sind die wieder zu zweit? Wo ist der Zweite? Wo ist der Zweite? Ich kann die nie ausweichen. Schon wieder nicht. Das gibt es doch nicht. Alter! Hilfe! Ich dachte, du wirst größer. Äh. Ich treff' dich noch was. Der kriegt mich immer! Der kriegst du überhaupt nicht da. Da! Das kann doch nicht sein! Ich brauch' ne Hilfe! Geht's da hin, Edi-Di! Aber das alles? Aufhören! Man kann seinem Rahmen nicht ausweichen. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Du kannst diesem Rahmen... Man kann dem nicht ausweichen. Es geht einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es ist unmöglich. Es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Boah, Alter! Ich bin nicht sicher, was ich da sehe. Position halten! Vorsicht! Er ist tödlich! Ich werde dich besiegen, Edi! Ah! 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 Oh. Okay. Boah, Alter, ist das frustrierend, ne? Du kannst, es geht einfach nicht, du kannst ihm nicht ausweichen. Es ist unmöglich. Mein Gott. Jetzt gibt es so oft den Deckel, Junge. Jetzt gibt es so oft den Deckel für dich. Das kann doch nicht sein, dass man dem einfach nicht ausweichen kann. Es muss doch eine Möglichkeit geben, diesem Angriff auszuweichen. Wenn ich dem ausweiche, folgt er mir. Jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt ist er nicht mehr da. Aber es kann nicht sein. Das ist er einfach abgerauen. Mann. Toll, was man so findet. Mein Freund. Die Untersuchung der Kugel war lohnend. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Ich glaube, ja. Das war jetzt das erste Mal in dem Durchgang, dass ich kaputt gegangen bin. Dass ich gestorben bin. Ich bin mir so sicher, dass ich das alles geholt habe. Am Anfang. Keine Ahnung, wo du das noch redest. Komm mal, Arte. Und da auch noch mal rein. Siehst du, ich sehe schon was. Kann ja nicht sein. Ich habe das alles untersucht. Ich war hier überall drin. Ich bin mir gern bei Cordova. An die Holoschach-Spiele. Cordova war immer so beschäftigt. Ich musste mich praktisch selbst ausbilden. Aber für Holoschach hatte er immer Zeit. Wer gewann? Mal er, mal ich. Unsere Ansätze waren komplett verschieden. Kaum dachtest du, du gewinnst, war es vorbei. Ihr habt also viel voneinander gelernt. Ja, jeder auf seine Art. Hm. Ja, jeder auf seine Art. Ausstößt du ein... Hallo? Jetzt geht es ein bisschen. Es ist ein bisschen zu essen. Aber es ist ein bisschen zu essen. Und dann wird es ein bisschen zu essen. Es ist ein bisschen zu essen. Da ist schon alles geholt, da drüben. Sind die schon wieder da, ey? Na komm, du schaffst das. Oder auch nicht. Schießt der auch hier rüber? Nein. Was würde ich ohne dich tun? Du musst es einfach wissen, stimmt. Bracker Schrott sammeln. Hier ist alles erkundet. Hm. Hm. Oh, wow. Ach, stimmt. Hier ist noch irgendwas, was wir vorher gar nicht auserkunden konnten. Das ging ja gar nicht, weil wir jetzt einen Doppelsprung haben. Und einen Wendelaufen hatten wir ja, aber einen Doppelsprung nicht. Ich muss ganz nach oben, glaube ich, oder? Und ist hier nicht auch noch... Ist hier nicht noch irgendwo der 10... Der 10. Stimm! Der 10. und letzte Stimm im Spiel. Alle auf Anhieb gefunden. Jetzt hält mich keiner mehr auf. Nee, jetzt nicht mehr. Maximale Anzahl an Stim-Beltern erhöht. Das ist aber auch wirklich die maximale Anzahl im Spiel. Ja, aber ich war hier noch nicht fertig. Wir müssen noch irgendwo anders hin. Da. Da drüben ist noch ein Geheimnis. Wie kommen wir da hin? Da. Und. Ja. Das ist gar nicht so einfach jetzt, meine ich. Wir müssen da hoch. Da hoch. Das war schon falsch. Ja, la 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 la. So, warte. Okay. Beim zweiten Versuch. Ich meine, da hätte ich damals Ewigkeiten dran gehangen. Gehörte Cordova. Ach, wir müssen ja auch... Wir sind ja auch noch... Wir sind ja auch noch nicht fertig. Gehörte Cordova. Nein! Nein! Alter, wie du dein letztes Mal einfach so runterfällt. Ziemlich spät. Alter. Maximal das Leben erhöht. Alter. 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 So, jetzt können die Kopfgeldjäger kommen mit dem 10. Stimm. Einen Fähigkeitenpunkt. Ich brauche drei, ne, für den letzten. Das Geflüster immer. Zwei von zwei Geheimnissen. Kann ich hier auch nicht noch irgendwo schwimmen? Das kann gar nicht sein, dass ich hier alles entdeckt habe. Ich meine, hier wäre das. Da, da. Zwei von vier Truhen steht da aber auch. Ich liebe die Superhelden-Landung. Die große Kluft, genau. Das letzte Mal, wo ich hier war, konnte ich noch nicht tauchen. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Was leuchtet denn da? Blub, 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 blub. Ja. Eigentlich ist es auch so dumm, diese Kisten zu sammeln, ne? Weil da einfach nur kosmetische Sachen drin sind. Nichts Schwertschalter. Ich werde Sender. Ich werde Sender. Ich höre mal so'n Flüstern, Mann. Na, ihr Bocklinge. Hüpfen die. Hier, mal hüpfen. Hm, hm, hm. Ach, die konnte ich hier auch noch nicht rein, ne? Beim letzten Mal. Warte mal. Hm, der liegt doch schon auf. Hier habe ich auch alles erkundet, ne? Na, 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 na. Boah, Alter, diese Frame-Einbrüche. Easy peasy. Easy peasy. Da da. Da da da. Siehst dir an, BD1. Was hast du da? Lichtschwertmaterial hat er gefunden. Der gute BD. Da verschwindet der Sturmtruppler einfach so. Er löst sich in seine Bestandteile auf. Oh Gott, er hat wieder geruckelt an der Stelle, wo ich springen wollte. Warte mal. Nee, 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 nee. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir sind hier noch nicht fertig, Freunde. Da rüber? Schaffe ich es da rüber? Tatsächlich. Und steht er da unten rum? Guten Tag. Schon lustig. Da hinten ist noch eine Kiste. Willst du mal reinsehen? Natürlich will er reinsehen. Kaum raus, Kumpel. Kaum raus, Kumpel. Lichtschwert, Hülse. Eigentlich so uninteressant, was man hier so findet. War ich hier schon? Hallo? Hallo? Ja, hier war ich schon. Ich muss aber irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Komm ich da rüber? Komm ich da rüber? Ja, komm ich. Easy. Neuer Terrarium-Samen. Da würde ich Grease aber freuen, du. Oder hüpfen sie? Aha! Bockling-Filets. Mit Bedacht. Da, 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 da. Ich meine, hier waren Gegner. Vorher. Kriegst du nicht mehr. Hä? Habe ich hier alles? Zwei von zwei Truhen. Zwei von zwei Truhen. Zwei von zwei. Ich glaube, ich habe alles, ne? Na dann. Ich weiß schon, das nervigste, als ich auf der Playstation 4 die 100% gemacht habe, das nervigste war wirklich ganz unten links, dieses Erkundet. Überall. Weil du musst ja in jeder Ecke der Map gewesen sein, um überall dieses Erkundet freizukriegen. Auch wenn, es reicht halt, wenn du auch irgendeine Ecke, wo nichts ist, da einfach noch nicht hingegangen bist. Hier ist halt fast alles Erkundet jetzt doch, ne? Ich glaube, weil ich habe das schon so drin, so irgendwie. Einfach wirklich jede Ecke, in jede Ecke zu laufen. Auch wenn man schon von Weitem sieht, da ist halt nichts. Aber einfach nur, um diese 100% voll zu kriegen. Von der Erkundung. Sonst kriegst du einfach nicht dieses Achievement für 100%. Hä? Wie läuft's bei dir? Ein Pogling. Hier ist bestimmt irgendwo ein Nest. Wieso habe ich den vorher noch nicht gesehen? Toter Pogling. Sicher, dass ich alles Erkundet habe? Einmal nicht mehr so sehr, ne? 5 und 5 Truhen. Ich glaube, wir sind durch hier auf Bogano. Komm, ab zum Mentes. Zack, Boglingfilets. So ein komisches Geräusch hier. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung. Für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Du hast einen Freund in mir. Nein. Du hast einen Freund in mir. Ich habe einen Jedi bei mir. Du hast einen Jedi in mir. Du hast einen Jedi in mir. Kniet nieder. Großer Moment. Großer Moment. Du bist Deutschland. Du bist der Jedi-Orden. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grease? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Jetzt werde ich langsam müde. Neuer Samen gepflanzt. Besser als sich jahrelang im Schrott verstecken. Das sehe ich ganz genauso. Und ich kenne Schrottplätze. Und der Planet war der schrottigste. Ich kann nicht glauben, dass jemand... Entschuldigung. Du hast ja recht. Beeil dich hier, ich hab Hunger. Und ein neues Rezept für Kado-Rippchen. Ist der Bockleck immer noch da oben drin? Ne. Ich hör den doch die ganze Zeit. Da ist er. Da ist er doch. Aus dir machen wir auch noch viele E-Steaks. Eine kurze Meditation, bitte. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Geht's jetzt schon zur Inquisitorenfestung? Wir haben hier kein Ziel. Wir können jetzt noch... Da, das meine ich. Ich müsste jetzt noch mal nach Illum reisen. Nur um da 6% zu erkunden, die ich noch nicht erkundet habe. Die in jeder Ecke sein können. Da. Ich muss nach nur... Nur. Geht echt los, ne? Ich geh mir mal noch... ...ein Energiegetränk holen. Oh. Und ein Zigarettchen. Und dann bin ich sofort wieder da. Ja. Und ein Tag. Und das geht wieder. Und dann bin ich drin. Mein Sp wärts. Nichts. 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 Licht. Se Miss... Justqué. Nichts. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, war schon richtig hier. Ich frage mich ja jetzt, ich habe gar nicht mitbekommen, richtig? Woher wissen wir jetzt, dass wir nach NUR müssen? Wir haben noch das Holocron. Warum jetzt da hin, auf die Selbstmordmission? Die Jedi marschieren offenbar gern von einem Problem zum nächsten. Ja. Nö. Nö. Ich weiß, die Beschaffung des Holodings und der Wiederaufbau des Jedi-Ordens sind wichtig. Aber glauben Sie echt, Sie können dadurch was verändern? Daran glauben wir. Ja. Wir können die Unterdrückung durch das Imperium beenden. Es ist nur, ich habe noch nie einjenigen geholfen. Wir haben immer irgendwo ihr Ding gemacht und wir Lateros mussten ganz allein klarkommen. Uns hat nie einjenigen geholfen. Das tut mir sehr leid. Nichts ist perfekt. Naja, was soll man machen? Wie meine Urgroßmutter zu sagen pflegte. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Naja, was soll man machen? Grease, Urgroßmutter. Naja, was soll man machen? Inquisitorenfestung. Das ist nicht gut. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. Nein, halt, Moment mal ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Wie, was? Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Schwestern, Mutter, leid mir eure Kraft. Schwestern, Mutter, leid mir eure Kraft. Was immer sie da macht, es funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Du weißt, ich zähl auf dich. Gehen wir, Kumpel. Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holocorn. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Mitte steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst, mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir ernähren uns der Festung. Es ist soweit. Es sieht fantastisch aus, ne? Oh, Frame, Frame, Drop, Frame, Drop. Na, na, na. Ich häng fest. Ich soll doch da hoch, oder? Ne, soll ich nicht. Ich soll hier lang. Ich häng irgendwie fest. Ich häng irgendwie fest hier. Irgendwelche unsichtbaren Wände halten mich davon ab, hier hoch zu schwimmen. Hallo. Ich bin falsch geschwommen. Ich möchte das Spiel nicht, dass ich so schwimme. Ich tauche. Ich komme hier nicht hoch. Gibt es da gar nicht. Okay, ich bin falsch geschwommen. Da ist die Festung. Das sieht fantastisch aus, ne? Ich könnte mir die Festung die ganze Zeit angucken. Und ich verstehe bis heute nicht, warum es in der Obi-Wan-Serie nicht so fantastisch aussieht wie hier. Hm? Oh. Au. Meine Beine. so freunde es geht los finale ja ich habe das holocon geordet schicke dir jetzt die koordinaten da müssen wir hin ok verschlossene tür das ist bd1 ja 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 ok ok wo ist der druide dahinter na toll achten auf wo ihr hintretet richtet den eindringling hin lass sie nicht weg laufen wir müssen ihn aufhalten du kannst das nicht alle aufhalten das soll ein cd sein pure zeitverschwendung du bist echt schnell ja komm du kannst mal die macht aufladen ja dann kriegst du auch mehr ich werde dich erledigen ja du kannst das nicht entkommen ich wurde auch alleine mit ihm fertig so ja wir werden problemlos gewinnen ja 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 komm mal hier hin wo platz ist komm mal hier hin wo platz ist mein freund ja ja verdammt sollst du sein weißt du schon wieder wenn ja hier hat das imperium die inquisitoren erschaffen das hier wurde hier gefoltert und thriller zur dunklen zeite gebracht reißen wir es ein bd 1 reißen wir es ein bd reißen wir es nicht na ja nee 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 Ich liebe diese Sounds. Ich bin in einem... Danke, Kerl. Du Kerl. Äh, da rein? Oh! Äh... Ein weiser Meister sagte einmal, sowas wie Glück gibt es nicht. Ich meine, da hinten wäre nix, aber ich schwimme immer wieder rüber. Ich meine auch, weil man da hinschwimmen muss um die 100% zu kriegen, oder? Ne, ich glaube hier auf... Ich glaube, hier ist auch Schluss, ne? Ich meine, hier gibt es auch keine Kisten mehr und nix. Eigentlich schade, dass man hier nur einmal im Spiel hin kann. Das durchspielen kann. Gibt Sinn vom Storytelling her, aber... Äh, ist hier unten was? Ich hab doch eben gesagt, hier ist nix. Das ist ein Bein, Alter. Ja. Ja. So, hier lang. Ach, Kerl. Mir fehlt noch ein Fähigkeitspunkt. Okay. Okay. Ach, ja! Komm, schießt! Ja, nur noch du und ich. Oder du bist erledigt. Oh, jetzt kommt ein ziemlich schwerer Part. Komm, wir stellen uns dem einfach. Das ist wie das Dojo im Jedi-Tempel. Aber falsch. Verdorben. Hm. Falsch und verdorben. Versperrt. Was meinst du? So, come on, Kerl. Auf in die Schlacht. Auf in die Schlacht. Komm, ich komm! Ich verbreite dir dein Ende. Du bist schnell! Du wirst nicht entkommen! Ich vollziehe den Willen des Imperators. Sieh die verbunden. Kreis an, ihr Feiglinge! Dein Ende ist nah. Du solltest mich fürchten. Ausführen! Komm schon. Aaaaaah! Komm, lass mich ausweichen. Ich brauch Macht. Komm schon. So früh. Aua! Du willst fallen. Ich mach dich. Puh! Puh! Also Kurt, lass ihn! Nein, fang ihn! Heuerflug! Unbedeutend! Ha! Ha! What?! Fang ihn! Minderwertiger Gigi! Erheben ist verloren! Trivialer Gegner! Inkompetent! Unproduktiver Humanoid! Das werden sie bereuen! Naaaah! Hat er mich hier wieder erwischt! Noch eins! Wertlos! Okay! Das war wichtig! Okay! Schießt! Wir haben das hier! Wacht! Ich lege ihn euch! Okay! Vorrücken! Feig halt aufmachen! Sturz auf deinem Eichlerz gefallen! Du kannst es nicht besiegen! Tarunkampfunstützung am Boden! Vorsichtig vorrücken! Nein! Danke. 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 Ja, Mann. Es ist so schwer, Alter. Das habe ich gebraucht. Oh. 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 So, die letzte Fähigkeit. Die letzte Fähigkeit. Jetzt kriege ich endlich Macht durch Stimms. Und das ganz am Ende des Spiels erst. Toll. Fühle die Macht. Erschief mit erhalten. Ja, ich fühle die Macht. Jetzt fühle ich sie. Puh. Ach, das ist auch nicht einfach hier. Schießt. Ja, los. Erstmal die Tür hinter mir zufällt. Ja, los. Jetzt die Tür zu. Okay. Boah, ich hab den in der Mitte durchstrennt, Junge. Nicht schlecht. Die einzige Mod, die ich installiert hab. Alter. Sie ist leer. Hab sie. Alter. Oha. Gut, das Bein steht da noch. Jetzt ist die Waffe. Aber habt ihr gesehen, wie sie gekämpft hat? Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Da ist der Unterschied zwischen einer Meisterin und einem Jedi-Ritter. Die Waffe da hinten. Man sieht es gar nicht. Durch meine Kamera. Hinter meiner... Ah, man sieht es gar nicht. Hinter meiner Cam. Jetzt sieh weg. Ah. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holokon. Geh zum Holokon. Ich lenke die Verstärkung ab und stofe dann zu dir. Herrmeisterin. Dafür lebst du, was? Ja, für Scannen. Das ist ein Scandroide. Reiner Scandroide. Das ist ein Scandroide. Da 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 da, da 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 da... Da 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 da... Da 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 da, da 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 da... Wir sind schon am Ende. Wir sind schon beim Endgegner. Könnte ein Turbolift sein. Damit kommen wir hier raus. Hm. Wir sind schon am Ende. Trau ich mir zu, Twiller auf Großmeister zu machen? Äh. Ja, komm, ich hab 10 Stims. Mit 10 Stims sollte es easy sein. Und danach bin ich fertig mit dem Spiel. Deswegen, komm, machen wir das. Machen wir, dass der letzte Kampf eine Herausforderung wird. Der letzte Speicherpunkt. Der letzte Kampf. Und ich mach auf Großmeister. Bin ich eigentlich bescheuert? Ich weiß noch, wie oft ich gescheitert bin damals auf Großmeister. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. BD, wolltest du noch was scannen? Der letzte Scan. Der letzte Scan. Okay, das wird jetzt echt eine Herausforderung, der Kampf. Das ist BD1. First try? Ab geht's. Das ist BD1. 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 BD1. Das ist BD1. Das ist BD1. 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 Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals lebend von hier wegkommen. Das ändert überhaupt nichts. Du wirst diesen Tag nicht überleben. Du wirst diesen Tag nicht überleben. Bleib still. Ahhhhhhh! Ohohohoho! Ohohoho! Ohohohoho! Ohohohoho! Was ist das? 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 So Glück. Einmal hat sie mich gepackt, aber ich hatte zum Glück volle Energie. Das ist dieser eine Angriff. Wenn sie dich dann packt, musst du volle Energie haben auf Großmeister, sonst bist du tot. Das merkt da so ein kleines Stückchen über. Ich bin immer noch würdig, mich einen Großmeister zu nennen. Jetzt Abspann genießen. Ich kann mir noch kurze Kippe holen für den Abspann. Ein Kampf kommt ja noch, in Anführungszeichen. Und dann... So, jetzt können wir kurz mal was gucken, wie es aussieht. So, weiter. Dieser Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Sir. Nein, ist es nicht. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich hab dich im Stich gelassen, Thriller. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Sehr, ich hab dich so sehr gehaast. Boah, ich krieg immer ein Gänsehaut in dem Moment. Okay, das sieht nicht gut aus. Nee. Ich mach einfach nur so. Es wäre klüger, sich zu ergeben. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aaaaaaah! Junge! Nein! Niemals! Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je, 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 je. Okay, okay, okay. Ohaah, Junge. Alles klar. Alles klar. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Annie is not amused. Oaaaaah! Oooooohhhhhh Los weg hier Äh, Annie? Hu, Darth Vader! Darth Vader, der dunkle Lord des Sith, ist eine mysteriöse Gestalt innerhalb des Imperiums. Begegnungen mit diesem maschinenartigen Mann sind selten, aber meist tödlich. Ausgebildet in der dunklen Seite der Macht befähigt Vader die Inquisitoren. Das ist eine richtig fiese Möp. Aber da ist immer noch Gutes in ihm. Habe ich gerade noch nichts von gesehen. Nein! Wie todesmutig ich mich auf Darth Vader gestürzt habe. Ich bin richtig stolz auf mich. Und ich lebe noch! Ah! Äh... Er ist zu stark! Ah, danke! Diesmal habe ich mir wirklich den Arsch gerettet. Habe ich ihn geschwächt? Die haben die Rüstung doch getroffen. Oh oh! Übergebt das Hologron! Das gebe ich euch nie! Abwarten! Hör, wie easy! Einfach mit einer Hand, Junge! Hör! So viel Hass! Aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist starker als das! Nein! Nein! Ja! Stark mit der dunklen Seite. Ich kann sie in dir spüren. Ey! So bedrohlich, Alter, ne? Bring ihn um! Ja, ne? Sie ist eine Meisterin! Was du nie warst! Ha, 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 ha! Guck! Woh! Kino! Einfach nur genießen jetzt. Ihr geht's gut. Ja. Du auch? Geschafft, Kleiner. Wirklich? Geschafft! Pass bloß auf! Wo sind sie? Ja, da draußen sind sie. Oh, warte! Halt! Moment! Verzeihung. Ganz ruhig nochmal zu drücken. Das, was du im Wasser nicht war. Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Hey. 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 Und was jetzt? Oh, Captain. Ich brauche ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Also, wenn sie nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch bleibe und sie ein nächstes Ziel bringe. Außerdem sind der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns. Den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Und wohin jetzt? Und wohin jetzt? Das war's. Geil. So, jetzt noch das Buch zu Ende lesen. Ich habe die Hälfte ungefähr durch. Und dann sehen wir uns zum nächsten Teil. So, ich sage tschö, ich lasse den Absprung noch durchlaufen und beende dann den Stream. Ich wünsche eine gute Nacht. Und wie gesagt, ich denke mal diese Woche werde ich das Buch, also bis zum Wochenende das Buch beenden. Und dann geht's nächste Woche los mit Jedi Survivor. Für mich das erste Mal. Dankeschön fürs Zugucken nochmal. Und ja. Und noch einmal. Schönen Abend. Und möge die Macht mit euch sein. Taier. Ja. Ja. Aber sie haben alle tiden. Nach Иhat. Oh. Da. Tierten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2022 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020